Und an MI6, Sie müssen für mich einen Hammer durch Sankt Petersburg verfolgen, den Sie von einem Panzer verfolgt werden. Super Durchsage. Können wir ihn steuern? Ja, das sieht gut aus. Ich weiß so nicht wie. Ah, okay. Oh Gott. Mit L können Sie den Panzer vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts bewegen. Zielen Sie mit R, mit der Kanone und dem Maschinengewehr des Panzers. Der Panzer steuert auch in die Angesiede-Richtung. Drücken Sie einfach L vorwärts oder rückwärts, um das Tempo zu regeln. Aha. Ah ja. Oh Gott, ey, das ist eine Steuerung, Leute. Etwas ungewohnt. Können Sie hier was abschießen? Höstlich, ihr fährt nach Osten. Drücken Sie R2, um das Maschinengewehr des Panzers anzuwärts, das kann überhitzen. Ah ja. Äh. Ach, R1 war ja hier. Ich blöd habe, falsche Tast gedrückt. Drück ich L1. Platzieren Sie das Fadenkreuz auf den Helikopter und halten Sie L2. Ei, drücken Sie R2, solange das Fadenkreuz rot ist, um eine Lenkrakete abzuwerfen. Sie müssen einen Moment warten, bevor Sie noch eine abfeuern können. Sag mal, das habe ich ja eben alles schon gemacht. Ah, nee, ich musste... Ach, hör auf. Nee, klappt doch. War zwar nicht rot, war orange, aber es scheint ja geklappt zu haben. Ach, guck mal an. So einfach ist es also, mit dem Panzer hier zu fahren. So, wieder Helikopter hier abschütteln. Oh Gott, die Steuerung, die ist hier echt erwärmlich. Ich schätze echt was an. Sag mal, das Feuern, das geht noch. Aber der Rest ist ja mal echt... Ist ja mal echt, äh, hier so etwas gewöhnungs... Ja, 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 ja. Gewöhnungsbedürftig. Trifft er? Jawohl, der trifft. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Einfach da runter, oder was? Oh mein Gott. Wo geht's hier lang? Ich schieße einfach eine Rakete, mein Gott. Mit meinem Schienengewehr rum und kämpfen ja einen ab. Habt ihr hier unendlich... Raketen. Ist das ein Heli? Ja. Mach's gut, Heli. Du sollst... Hallo, du sollst... Wo fährst du hin? Da hoch sollst du fahren. Schönen Dank auch. Äh, Heli im Visier. Jawohl. Und wecken sie hier. Das reinzieht sich so. Heli im Visier und wecken sie hier. Oh, was geht denn hier noch? Oh, wer ist denn jetzt schon wieder hinter mir? Mein Gott. Noch ne Heli oder was? Ach du... Was sind mit dir? Alter, was sind mit dir? Wie er entkommt? Ach, das geht auf Zeit oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Die können wir aber einfach so umhauen, oder? Einfach drüber fahren. Ach, was ist ein Raketenwerfer? Ah. Ja, sorry Leute, das sehe ich nicht. Äh, Raketen... Ja. Das können wir hier mal klar geben. Ne, dann wär's schön. So, was ist denn mit euch jetzt hier oben? Hallo. So, der ist down. Ich streff die höchst mal aus dem Meter Entfernung. Das gibt's ja gar nicht. Mein Fresse. Jetzt a little bit complicated. Because the Steuerung ist not so teuer. Das ist ne jetzt nicht Heli. Da muss ich wieder so'n Heli hier an der Arschbacke kleben. Beziehungsweise an der Panzerbacke. Sag mal, Russland ist auch ne riesige Baustelle. Ich mein, ich sag mal eher St. Petersburg. Dann wird hier nur gebaut hier. Aufschwung Ost, oder was ist das hier? Ach. Feine Herr will sich vordrängeln. Ne, ne, ne. Wieso nicht? Wo kommen die denn jetzt alle her, hier? Ach, wenn so leicht wäre, einen Panzer zu führen, Leute. Wenn man einen Traum ruft, glaube ich. Also leicht ist hier vom Schießen her. Nicht vom, vom Fahren. Oh Gott, ja klar, ey. 80.000 Paketenwerfer da auf dem einen Gebäude. Ja, 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 ja. Ach, ja, ja. So ein Peim-30 wäre das. Ich trage hier überhaupt nichts. Ach, fahr doch einfach. Fahr doch einfach. Ne, das wird nix mehr mitfahren. Hart abgeschissen. Ja, und damit auf, äh, eine erneute Panzerfahrt durch St. Petersburg. Ja. Toll ist was anderes. Boah, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Mein Gott, das Ding ist echt zu fahren. Absolut. Baller, baller. Wer hat sich sowas ausgedacht? Denk ich mir echt, haben die Entwickler den Quatsch eigentlich mal selbst gespielt, den sie da verbrochen haben? Oder was, was machen die Tester da eigentlich? Sagen die zu allem, ja, 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 das klappt schon. Läuft wunderbar flüssig? So, was? So, 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 so. Ich will dich ins WB nehmen. Hallo. So, und jetzt, ja. Fast, ich bin ich mal langsam davor. Ja, super. Ja, super. Oh, den hätten wir schon mal erledigt. Wieso stehen da so viele, ey? Klingt das, was du nicht da einfach reinholst? Ich glaube nicht, ne? Ne, das ist noch alles zu weit weg. Gott. Wo fährst du denn bitte lang? Guck mal, guck mal, hier war es eine Armada, ey, klar. Da oben stehen auch noch ein paar Helis. Ich bin jetzt schon gleich wieder am Arsch. Wie soll ich die denn bitte da oben rauskriegen? Ah, jetzt überhitzt mein Gewehr noch. Ich krieg die da oben nicht rausgeschossen, ey. Guck mal, was da auf mich zukommt, klar, ey. Hey, komm mal, hier habt's doch nicht mal alle. Ah, so. Ich kann mir das doch gleich mal, ne? Ich hier mit Raketen hantieren kann, um die Arschlächer dann mal abzuschießen. Volle Breitseite, klar. Komm, in einen. Bist du ja wohl umbauen können. Komm, da steht noch einer mit Raketen. Wir haben ja wohl irgendwie mal zersimmeln können, oder? Ja, anscheinend nicht. Doch. Oh, der trifft. Ach, da steht ja auch noch ein Auto. Mann. Higgi ist am Boden. Ah, ja. Black Hawk down. Ah, da kommt der nächste Spago schon hier. Wozu war die nächsten? Ja, da rückt doch immer einer nach. Ist klar. Da unten ist jetzt auch einer. Ja, sicher. Ey, jetzt mal gut, ey. Komm mal runter. Geht aber gar nicht hier. Jetzt muss der schon wieder sich komplett drehen. Ey, was ist das für ein Scheuer der Panzer, bitte? Und es nähern sich Ziele aus der Luft. Ja, ja, die nähern sich schon seit drei Stunden hier irgendwie. Die Ziele aus der Luft. Jetzt haben wir nicht da kommen noch Helikopter, äh, nicht Helikopter hier. Ja, ach, die, ich wollte schon gerade sagen. Hier so die Aktenzeuge. Genau, sicher. Wo sind die Amster? Hier, dick, 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 auf der Tasche hier. Dicken Popman, ey. Wodemundow. Wodemundow. Ja, ich will ihn auch erwischen. Dazu müsste ich... Ja, der fliegt einfach mal durchs Haus, weißt du? Ich bleib sowas von auf Kurs. Kursiger geht's gar nicht mehr. Jo, wir fahren erst Person einfach mal ein Helikopter. Oh, what the fuck? Wo geht das jetzt hin? Ab in den Keller. Ich wollte schon sagen, jetzt komme ich da raus, wo ich eben angefangen habe. Ach, du Scheiße, Leute. Wollten wir es nicht einfach antun, ne? Verlieren sie nicht, Bond. Ja, du bist ein Vogel, ey. Ich bin froh, wenn ich hier lebend halbwegs rauskomme. Ah, die sind hier im Tunnel lang, sicher. Warum auf Entkommt, berechne Abfangkurs. Gut, da ist dein Parkplatz voraus. Da durch. Was wo durch? Was wo durch? Bitte was? Hä, wie, wo? Bitte? Ach, Parkhaus. Ach so. Ja, Parkhaus war aber nichts. So, sieh mir einen Weg an euch. Die Wälder sind das immer nicht hier noch Bock. Ach so. Doch, ich kann da durchsachen. Ach. Das haben wir ja gut gesprengt hier. Sehr freundlich, schönen Dank. Ja, hier stehen sie natürlich auch schon. Oh, Mann. Was ist hier bitte los? Ach Gott. Die armen Russen haben sowieso kaum Autos. Ja, und dann muss ich denen noch die... ...die letzten Kisten da kaputt schieben. So, trifft die Rakete auch mal. Ja, was ist hier Sache jetzt? Ah, der braucht wohl mehr, oder? Komm. Verstecken hilft nichts. Ja, doch, sie können ihn doch erwischen. Ja, ja, jetzt macht er mir noch Zeitdruck hier jetzt. Jetzt will er natürlich erst mal das Ding hier vom Himmel holen. Genau. Oh, jetzt muss der den Panzer wieder drehen. Sag mal, ich spinn ja wohl. Der ist gleich am Rad. Kann ich den... Ah, nee, abschießen geht ja auch nicht, weil die Pussy da drin ist, ne? Oh, läd mich doch am Arsch. Was geht denn hier bitte ab? Ja. Sprüche gehen wir so auf die Kette. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Durchgenugt. Mit Bravour. Mission abgeschlossen. Die März-Siegel haben wir auch erfüllt. Alles ist gut. Viel Spaß in der nächsten Mission. Mein Gott, James. Was machst du nur?